Es ist mir bewusst, den Wandel herbeizuführen ist eine herausfordernde Reise. Doch für den Frieden und das Wohlergehen aller ist diese Anstrengung unabdingbar. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Giese und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Diese heutige Podcast-Folge ist mir persönlich sehr wichtig, da sie uns alle betrifft und auch für den Einzelnen, sowohl für die Weiterentwicklung der gesamten Menschheitsfamilie, wichtig ist. Wir besprechen, was ist das morphische Feld, wie kommen die Informationen ins morphische Feld und wir besprechen den Übergang ins Wassermann-Zeitalter. Aktuell verdichten sich spürbar die feinstofflichen Lichtinformationen immer mehr in die Materie hinein, um das Erwachen und somit die Heilung auf unserem Planeten herbeizuführen. Jetzt müssen wir mithelfen und nicht, wie wir es von früher gewohnt sind, darauf warten, dass etwas passiert. Wir sind aufgefordert, selbst unsere göttlichen Fähigkeiten anzuwenden. Wenn wir dies tun, können wir selbstverständlich auch die Unterstützung aus den feinstofflichen Reichen, wie zum Beispiel die der Engel, nutzen. Schauen wir uns an, wo genau die Heilung der Menschheit passiert. Sie passiert nämlich nicht auf den Demonstrationen oder in Aufklärungsbemühungen. Wir alle leben eingebettet im morphischen Feld. Es ist ein Energiefeld, welches das Grundmuster eines biologischen oder gesellschaftlichen Systems kodiert. Das bedeutet, die im morphischen Feld vorliegenden Informationen bestimmen die Entwicklung in der Materie. Feinstofflich begabte Menschen können im morphischen Feld lesen und somit etwas über die weitere Entwicklung erfahren oder aber sich sogar einen Rat für wichtige Entscheidungen aus dem Feld ziehen. Das Lesen im morphischen Feld ist übrigens ein Teil meiner Ausbildung zur Chakra-Therapie. Wie kommen die Informationen ins Feld? Wer bestimmt die enthaltenen Infos, somit was sich in der Zukunft entwickeln wird? Die Antwort? Wir alle gemeinsam. Wir alle gemeinsam füttern das Feld mit unseren Gedanken, unseren Gefühlen, unserem Glauben, unseren Überzeugungen, unseren Hoffnungen, unseren Ängsten und, und, und. Wenn deine Eltern zum Beispiel angstvolle Gedanken hegen, weil sie sich gesundheitliche oder wirtschaftliche Sorgen machen, füttern sie das Feld. Wenn dein Nachbar gerne Horrorfilme schaut, füttert er das Feld. Wenn deine Kollegin neidvoll ist, füttert sie das Feld. Wenn deine Freundin gerne über andere lästert, füttert sie das Feld. Wenn du in allem einen tieferen Sinn siehst und dich vertrauensvoll auf das Licht ausrichtest, fütterst du das morphische Feld. Alles, was du wahrnimmst und vor allem, wie du es wahrnimmst, erlebst du somit nicht alleine, sondern es hat eine gravierende Auswirkung darauf, wie wir alle die zukünftige Welt wahrnehmen und erleben werden. Wir sind alle eins, wird an dem Punkt richtig, richtig klar. Damit wird auch deutlich, wenn wir die Welt in Ordnung bringen wollen, heilen wir die Welt über unseren Geist. Nicht die geheilte Welt heilt unseren Geist, sondern umgekehrt. Hier nochmal so ein paar ganz kleine theoretische Fakten. Das morphische Feld schwang lange Zeit sehr niedrig. So circa 2000 Jahre lang. Etwas länger. Zur Zeit hebt sich die Schwingung des Feldes rasant an. Das merken wir an globalen, oftmals chaotischen Veränderungen. Das ist immer so, wenn etwas Neues sich eintunt, ist erstmal Chaos vorhanden. Und wir merken es auch daran, dass die Zeit gefühlt immer schneller vergeht. Das liegt daran, dass wir uns auf einem Übergang in ein neues freigeistiges und gemeinschaftsorientiertes Zeitalter befinden. Es ist die Übergangsphase vom Fischezeitalter ins Wassermannzeitalter. Jedes Zeitalter dauert so circa 2144 Jahre. Haben wir also noch so ein bisschen, bis das Wassermannzeitalter wirklich erreicht ist. Aber es ist eine Übergangsphase und solche Übergangsphasen sind immer schon sehr von dem Neuen geprägt, was eintreten wird, während sich das Alte verabschiedet. Das bedeutet, die Wassermann-Qualität beginnt unverkennbar Einzug zu halten. Aus diesem Grunde ist es für mich auch völlig verständlich, warum in der Esoterik oder in der Spiritualität jetzt schon davon gesprochen wird, wir befinden uns im Wassermannzeitalter oder es beginne jetzt. Es ist einfach so, dass die Qualität einfach schon sehr, sehr stark Einzug hält. Ja, und wie schon erwähnt, hebt sich jetzt somit auch die Schwingung des morphischen Feldes an in dieser Übergangszeit. Einmal dank unserer Entwicklung und natürlich, ja, weil Schwingungen sind nichts anderes als Informationen. Und wenn wir ein Zeichen wechseln, wechseln wir auch die Qualitäten, welche wir über 2144 Jahre dann wiederum ausdrücken und erleben und leben werden. Das muss also so sein, das kann gar nicht anders sein. Sobald sich das morphische Feld anhebt, werden auch die höheren, lichtvollen Informationen aus den feinstofflicheren Reichen zugänglich und ins Feld eingespeist. Ein kleines Sinnbild stelle dir einfach vor wie so ein Gasluftballon, ja, der immer höher steigt. Und je höher er steigt, umso mehr kommt er natürlich auch mit den feinstofflichen Reichen in Verbindung. Das heißt, das dunkle Zeitalter hatte natürlich ganz andere Informationen und da waren so die hohen, lichtvollen Informationen aus der göttlichen Quelle für uns weniger wahrnehmbar als jetzt, wo es schon in eine viel höhere und lichtvollere Qualität hineingehen wird. Ja, und diese lichtvollen Informationen aus den feinstofflichen Reichen, die sind für uns jetzt schon zugänglich. Das ist auch eine Erklärung dafür, warum wir unsere spirituellen Fähigkeiten viel klarer wahrnehmen und sie auch ständig ansteigen. Denn wir sind, ob wir wollen oder nicht, mit dem morphischen Feld verbunden. Das ist, wir sind eins. Wir sind mit dem Feld eins. Ja, unsere weitere Entwicklung ist somit schon mal angefüllt von dem freigeistigen, gemeinschaftlichen Informationen des Wassermann-Zeitalters. Wir haben nun also die Möglichkeit, diese Informationen abzurufen und gleichzeitig selbst unsere hohen, lichtvollen Informationen ins Feld hineinzugeben. Jede unserer visionären Informationen ist wichtig. Als Gegengewicht zur noch vorherrschenden Angst und dem Getrenntheitsbewusstsein des dunklen Fischezeitalters. Ist nämlich beides jetzt noch drin. Noch sind wir alle gefangen in einem kollektiven, hypnotischen Trip, in dem wir glauben, getrennt voneinander zu sein. Dieser Glaube unterstützt und stärkt weiterhin auch die Illusion der Trennung. Wollen wir die Auflösung dieses Irrtums beschleunigen, kommen wir nicht umhin, Verantwortung für die Wandlung unserer unwahren Überzeugungen anzunehmen. Das Erwachen der Menschheit aus diesem illusorischen Traum beschleunigt sich mit jedem Schritt in Richtung, wir sind alle eins. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Unterstützen wir die Getrenntheit oder unterstützen wir das Licht und die Liebe, auch Gott genannt. Und das ist, glaube ich, auch nicht nur mit einer einzigen Entscheidung getan. Also eine Entscheidung ist erstmal die wichtigste. Aber ich glaube, dass aufgrund unserer Gewohnheiten und unseres eigenen Automatismus es ganz wichtig ist, diese Entscheidung täglich zu erneuern, immer wieder zu überprüfen, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Und wahrscheinlich müssen wir manchmal sogar mehrfach am Tag diese Entscheidung erneuern, je nachdem, was uns außen begegnet und wie wir das bewerten und beurteilen. Vergiss nicht, so wie du die Welt siehst, so wie du dich selbst siehst, so wie du den anderen siehst, so wird uns allen geschehen, dir und uns allen. Ja, dieser Frage sollten wir uns eigentlich täglich bewusst sein. Wenn du magst, ich bilde spirituell aus, zum Seinspotentialcoach und zum Chakra-Therapeuten. Wenn dich Näheres dazu interessiert, dann lass uns einfach mal telefonieren. Von Herzen, das Allerschönste für dich, deine Linda Von Herzen, das Allerschönste für dich, deine Linda